Hallo, ich bin Oliver Ereni und beim ersten Video erinnerst du dich vielleicht noch, da habe ich von einer Freundin die Aura fotografiert und es haben ganz viele Leute gefragt, wie schaut denn das aus vor einer Sitzung und nach einer Sitzung und in diesem Video habe ich ein paar Fotos vor einer Sitzung und nach einer Sitzung bei mir zusammengestellt. Ich bin jetzt hier am frühen Morgen am wunderschönen Fuschelsee und warum am Morgen? Nicht, weil ich senile Bettflucht habe, gut, das ist vielleicht auch ein Grund. Wenn man den Begriff Aura überhaupt einmal beschreibt, was ist denn die Aura, was ist denn diese Ausstrahlung, dann kommt man darauf, dass es eine Aura schon gegeben hat und zwar in der griechischen Mythologie. Und da war die Aura eine Titanin, eine Göttin der Morgenbrise. Und wenn man sich das mal vorstellt, so dieses Bild Morgenbrise, dann sagt dir das schon aus, es ist etwas ganz Zartes, etwas Feines, etwas, das man nicht so leicht einfangen kann oder etwas, das man nicht so gut halten kann. Und interessanterweise ist diese Aura in der griechischen Mythologie dann letzten Endes durch Dionysos geschändet worden. Und Dionysos war ja der Gott von Wein, Weib und Gesang, also der Feiergott. Bacchus im Römischen. Und das finde ich dann schon spannend, dass Aura letzten Endes von Dionysos, also einem sehr weltlichen Gott, diese feine Titanin der Morgenbrise, geschändet wurde. Und da kannst du dir ja mal Gedanken darüber machen, wie das für dich so aussieht. Gut, und jetzt gehen wir dann direkt ins Studio zurück und ich zeige dir mal ein paar Fotos vorher, nachher. Was bedeutet das vorher, nachher? Um das noch kurz zu erklären. Also ich habe Klienten fotografiert mit der Aura-Kamera vor einer Sitzung und dann eine Stunde danach. Und um da mal zu zeigen, was ich so tun kann bei einer energetischen Sitzung. Also dranbleiben, es bleibt spannend. So, zurück im Studio. So schnell kann es gehen im Filmschnitt. Am Fuschelsee war es wirklich herrlich. Und ein paar Fotos werdet ihr demnächst auf diesem Kanal sehen. Wir sind bei der Aura-Fotografie bei der Besprechung. Vorher, nachher Fotos. Ich habe hier einige Fotos von Klientinnen und Klienten, die eben vor einer Sitzung und nach einer Sitzung Aura-Fotos bei mir gemacht haben. Und ich möchte noch mal kurz auf die Aura-Fotografie eingehen. Das erste Video zur Aura-Fotografie ist ja mega gut angekommen und hat ganz viele Fragen und eine positive Resonanz hervorgerufen. Und deshalb mache ich dieses Video jetzt mal mit Vorher-Nachher-Bildern. Ich verlinke das erste Video unten, wie gesagt, bei den Bemerkungen im Text. Gut, dann beginnen wir mal ganz kurz noch einmal, weil dort bin ich im ersten Video noch nicht so drauf eingegangen. Die Aura-Kamera selber stellt ja das Energiefeld anhand des Hautwiderstands dar. Das heißt, das wird gemessen und dann wird ein Bild errechnet, das den Impulsen nachempfunden ist, den Bildern nachempfunden ist, den so Aurasichtige bekommen oder die Bilder, die Aurasichtige bekommen. Also diesen Bildern, diesen Impressionen sind so diese Darstellungen nachempfunden auf den Aura-Fotos. Die Aura selber kann man nicht fotografieren, weil sie ja natürlich unsichtbar ist. Was allerdings richtig cool ist und ihr werdet das gleich sehen, wenn ich die Fotos bespreche, ich zeige es nur mal jetzt so hoch, man sieht immer vorher und nachher, also das ist immer vor einer Sitzung, nach einer Sitzung, man sieht, wie sich das Energiefeld verändert und auch, wenn ich da gewisse Aspekte daran interpretiere, jetzt von meiner Intuition her und wenn ich mir den Klienten anschaue, was da gemeint ist, dann kann man das absolut herleiten, beziehungsweise auch herleiten, was da gearbeitet wurde. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz darauf eingehen. So, dieses erste, diese ersten Fotos, ich blende sie jetzt eh gleich mal ein, sind eben von einer Klientin und die kam zu mir und sagte, sie hat so viele Gedankenkreisen und so viele Unsicherheiten, so viele Ängste und sehr viel Unruhe einfach auf der Kopfebene. Und das sieht man da auch dargestellt, wenn du das Foto anschaust, da ist so ganz viel Gelb, Unruhe, es ist relativ geballt und trüb, so dieses Energiefeld und da außen oben hast du noch so einen roten Kranz, das heißt, da ist relativ viel Stress im Energiefeld drinnen. Und Ziel war eben, den Kopf klar zu kriegen und die Gedanken reinzukriegen. Und das haben wir dann erreicht, also nach der Stunde sieht man schon, okay, die Klientin war viel, viel klarer, war viel, viel ausgeglichener. Man sieht hier diese blauen Töne, man sieht die Klarheit wirklich oben so beim Kopf, bei den Gedanken und man kann eben wahrnehmen, okay, da ist einfach viel abgeflossen. Die Klientin selber hat es auch beschrieben, also sie hat gesagt, die Zukunftsangst, die sie gehabt hat vor der Sitzung, das war so, als würde sie losgelassen werden von der Vergangenheit und ganz in die Gegenwart kommen. Also so hat das die Klientin beschrieben und das sind so die Bilder und die Darstellung dazu. Ja, also du siehst, man kann da wirklich einiges schon machen und es ist auch natürlich spannend, sowohl für meine Klienten als auch für mich dann, immer eine Darstellung zu sehen, was sich da dann tut im Energiefeld. Also ich finde das immer mega spannend und ganz, ganz interessant. Und mich faszinierte die Aura-Fotografie eigentlich schon, seit ich mit meinen Ausbildungen vor, keine Ahnung, 25 Jahren sowas begonnen habe, interessiert mich eigentlich dieses Tool der Aura-Fotografie. Und eben seit einigen Jahren verwende ich es jetzt selber in der Praxis. Das ist zum einen, weil diese Kameras nicht unbedingt sehr billig sind und zum zweiten war es dann wirklich so, dass ich einfach das mehr noch begreiflich machen konnte. Also ich sehe die Aura-Kamera auch als ein Tool, um ein bisschen klarer einfach Fälle besprechen zu können, Dinge deutlich zu machen, vor allem auch bei Vorträgen. Denn letzten Endes, ich berühre den Klienten nicht, ich gebe eben Informationen ins Energiefeld rein, wenn ich mit jemandem arbeite. Und so kann man das ganz gut darstellen. Abseits von dem, was der Klient natürlich fühlt an Veränderungen. Gut, dann schauen wir uns mal die zweite Klientin an. Und diese Dame, ich blende es dann eh wieder ein. Übrigens, es sind die Bilder, die ihr seht, sind etwas undeutlich gemacht, dass ihr die Gesichter von den Klienten nicht erkennen könnt. Und das wird dann natürlich sauberer abgelichtet. Aber man sieht es jetzt schon, ich halte es mal kurz hoch. Also das ist vorher, das ist nach der Sitzung. Und auch hier sieht man wieder eine schöne Veränderung eigentlich. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Diese Klientin kam wegen einem Liebeskummer. Also die ist gekommen, weil gerade eine Trennung von ihrem Partner da war. Und das sieht man auf der rechten Seite der Klientin, also bei dem ersten Foto, dass da ganz viel Emotion gestaut ist. Dieses Grün-Gelbe, das ist einfach so Staudruck. Wenn man sich da reinfühlt, dann merkt man das richtig. Und auf der linken, auf der weiblichen Seite siehst du auch, dass da, da siehst du so einen Pöppel beim Halschakra und so einen weißen Pöppel da wieder links im Energiefeld drinnen. Und das ist ein aktives Mutterthema. Also auch so Enttäuschung von Männern, enttäuscht werden in der Partnerschaft. Und nach der Sitzung dann, nach dieser Stunde, siehst du auf dem zweiten Foto, also jetzt auf dem rechten Bild, das du eingeblendet siehst, die Klientin ist viel, viel friedlicher geworden. Dieser Druck, dieser emotionale Druck auf der männlichen Seite hat sich gelöst oder ist im Lösen. Also man sieht hier, dass da dieses Grün-Gelb-Rot-Gestaute, was zuerst da war, das geht jetzt leicht raus so auf der männlichen Seite. Also da ist natürlich schon noch ein Thema da. Klar, weil der Verlassensschmerz ist ja da, aber weit nicht mehr so drückend. Also die Klientin war dann weit nicht mehr so gefangen und sie hat sich viel, viel leichter gefühlt und hatte auch das Gefühl, das besser abschließen zu können, dieses Thema. Also auch hier sieht man, wie sich das Energiefeld verändert. Und man sieht, diese Farben sind nicht einfach willkürlich ausgewählt. Und das finde ich ja so spannend. Sondern man sieht tatsächlich so die Formen und Aspekte eben der Klienten. Und das fasziniert mich eigentlich immer. Ich weiß ja selber nie, was rauskommt bei so einem Foto. Auch bei Vorträgen. Das ist halt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen so ein Abenteuer auch für mich. Gut. Und früher ging ja diese Aura-Kamera auf so Polaroid-Bildern. Also das sind einfach so Abziehbilder gewesen. Und dann wurde das auf das Foto abgelichtet. Aber leider wird dieser Film, dieser gewisse Film von Fuji nicht mehr hergestellt. Das heißt, ich musste die Aura-Kamera Anfang des Jahres auf ein digitales Format umrüsten, was aber im Prinzip jetzt dem Gerät keinen Abbruch tut. Der einzige Unterschied ist jetzt, jetzt kommt halt das Bild aus einem Digitaldrucker. Hier ist so ein Bild von mir. Aber ist im Prinzip dieselbe Qualität. Halt vielleicht ein bisschen, ist sogar ein bisschen größer jetzt. Aber es ist jetzt nicht so Computerzauberei, sondern das Bild kommt nach wie vor aus der Aura-Kamera. Und die ja natürlich auch durch ein, durch ein, so ein Kartuschensystem, verbunden ist noch mit den Herstellern. Das heißt, da läuft auch immer mit, wie viele Fotos man macht. Und das wird auch abgerechnet noch. Also jedes Foto extra mit dem Hersteller. Das sind so Wartungskosten, Patentkosten. Das heißt, die Kamera funktioniert noch, obwohl jetzt der Druck von einem Digitaldrucker kommt. Jo. Dann wollen wir uns den nächsten Fall anschauen. Diese Klientin, wie gesagt, Gesicht ist wieder undeutlich gemacht, kam mit, also kam mit Problemen, teilweise Alkohol, Drogen. Man sieht so dieses rote, trübe, diesen Druck, der da drauf war und hatte eben so wirklich so Angst, so sie schafft es nicht aus der Sucht raus. Also sie hat da übertrieben mit eben gewissen Substanzen und wollte da unbedingt einfach raus. Und man sieht, dass das Energiefeld so nach unten hin relativ dünn ist und nach oben eben sehr gestaut, dieser Stress. Und ja, und ich habe halt mal geschaut, dass da das Energiefeld gereinigt wird, dass es abfließen kann und dass da mehr Frieden reinkommt. Und das sieht man dann am rechten Bild, also dass diese Klientin, dass da Heilung läuft, dass das etwas freier wird, auch wieder blau, also der Kopf wird freier, der Druck lässt nach. Man sieht besser die Intuition dieser Klientin und man sieht, da hat sich einfach ganz gut was entwickelt und getan. Du siehst also, man kann das alles sehr gut darstellen und man kann da wirklich super gut arbeiten mit dieser Aurakamera. Und zum Abschluss habe ich noch ein Bild, das ist erst kürzlich aufgenommen worden von einem Klienten, der irrsinnigen Stress hat mit dieser ganzen Corona-Situation. Also da ging es um einen Klienten, der hat, der ist auch recht in diese, ja, negativ gesagt, Verschwörungstheorien reingerutscht. Also das heißt, mit uns wird gespielt, wir haben nichts mehr in der Hand, wir werden manipuliert, wir werden belogen von der Politik. Also diese Ängste, die ja durchaus gerechtfertigt sein mögen und man sieht auch diese Ängste. Am ersten Bild, ich blende das gleich mal ein, am ersten Bild siehst du eben, dass da ziemlich viel Chaos ist im Energiefeld. Also bunte Farben, es geht recht rund und das ist eben so dieses Aufgebrachtsein. Man sieht auch so wie ein Schild vor der Intuition. Das heißt, der Klient konnte gar nicht mehr wirklich entspannen, obwohl das eigentlich grundsätzlich ein sehr intuitiver Kerl ist. Und das ist eben das Spannende. Und nach der Sitzung hat er auch gesagt, jetzt spürt er sich wieder, er ist wieder bei sich, er fühlt sich freier und er fühlt sich klarer. Und das haben wir da dargestellt. Wie gesagt, es ist alles so grün, es ist in einer Friedensfarbe, in einer friedlichen Farbe. Man sieht auf der rechten männlichen Seite immer noch einen Druck. Aber verglichen mit dem ersten Bild, wenn man das vergleicht, so bunt und so trüb wie das ist, ist dieses zweite schon wesentlich ausgeglichener. Ja, jetzt hast du mal ein paar Vorher-Nachher-Fotos gesehen. Und alle Fotos wurden eben gemacht, nach einer Stunde mediale Energetik-Sitzung bei mir. Du kannst natürlich deine eigene Sitzung auch gerne buchen und mit verschiedensten Themen zu mir kommen. Natürlich auch gerne mit Foto vorher und nachher, wenn du das möchtest. Einfach mal im Internet schauen unter ereni.com. Da kannst du deinen persönlichen Einzelsitzungstermin bei mir reservieren. Ich bin in Linz zu Hause. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht mal bei einem Workshop-Seminar, denn ich bilde natürlich auch Leute aus, nämlich in einer klaren und seriösen Art der energetischen Arbeit. Und ich nenne eben mein System die mediale Energetik. Also wir sehen uns. Denk dran, Ereni bringt Energie. Und wenn dir das Video gefallen hat, teile es. Es ist eine spannende Materie, wenn du Fragen hast zur Aura-Fotografie oder zu anderen Themen. Lass einfach einen Kommentar da und ich mache gerne mal ein Video drüber. Ich freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abo am Kanal natürlich. Alles Gute, dein Oliver Ereni. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.